Nach ÖVP-Chef Karl Nehammer hat am Mittwoch FPÖ-Chef Herbert Kickl seine Sicht auf das von Bundespräsident Alexander Van der Bellen in Auftrag gegebene Gespräch nach der Nationalratswahl dargelegt und resümierte, er habe im Bundeskanzler einen gekränkten Wahlverlierer gehört. Der noch Bundeskanzler, möchte ich sagen, ist auch zweieinhalb Wochen nach der Wahl immer noch in der Wahlkampfrhetorik und im Wahlkampfmodus hängen geblieben. Ich habe ihn gestern in gewisser Weise, ja so emotional beleidigt, möchte ich fast sagen, erlebt. Ich habe einen etwas beleidigten und gekränkten Wahlverlierer gehört. Einen, der es irgendwie immer noch nicht fassen kann, dass so viele Menschen die katastrophale Politik, die ÖVP und Grün in den letzten Jahren gemacht haben, nicht als Segnung für unser Land und nicht als Gewinn für sich selbst, sondern viel, viel mehr als Desaster und als Katastrophe einordnen. Aber trotz des gescheiterten Gesprächs wirbt Kickl weiter um die Gunst der ÖVP. Mein Zugang war und ist ein anderer, als der, den Karl Nehammer gewählt hat. Ich habe ja am Wahlabend und schon davor und auch seit der Wahl wiederholte Male angekündigt, dass unsere Hand zur Zusammenarbeit ausgestreckt ist. Und ich sage dazu, das ist auch für mich nicht leicht. Das ist keine leichte Übung, denn Sie dürfen nicht vergessen, dass ich ja im Grunde genommen jahrelang im Fadenkreuz oder im Visier der heftigsten Angriffe der österreichischen Volkspartei gestanden bin. Aber darum darf es nicht gehen. Diese persönlichen Befindlichkeiten dürfen keine Rolle spielen. Das ist meine feste Überzeugung. Und ich glaube, dass das auch die berechtigte Erwartungshaltung der großen Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist. Bei der Pressekonferenz legte Kickl die beim Treffen am Vortag vorgelegten Unterlagen vor, die Schnittmengen mit der ÖVP betonen, so der FPÖ-Chef. Für Sondierungsgespräche hätte sich die FPÖ außerdem eine gemeinsame Lagebeurteilung und einen Kassasturz gewünscht. Ich habe Karl Nehammer und der ÖVP also ganz, ganz klar auch in schriftlicher Form verdeutlicht, dass die Freiheitliche Partei bereit ist, für Antworten für Österreich zu übernehmen. Und dass ich dazu bereit bin, auf Basis der genannten Gemeinsamkeiten, wir wollen arbeiten. Ja, wir wollen arbeiten. Zuerst in diesen Sondierungen und dann, wenn die erfolgreich ausgehen, natürlich auch in einer Regierung. Und ich habe daher Karl Nehammer gestern dann im Interesse Österreichs und im Interesse der Wählerinnen und Wähler unserer beiden Parteien natürlich auch vorgeschlagen, dass wir doch einen Folgetermin definieren. Einen Folgetermin auf den gestrigen Termin als Startschuss zur Umsetzung dieses grundvernünftigen Sondierungspakets. Und ich habe ihn ersucht, in aller Ruhe darüber nachzudenken. Er soll noch einmal drüber schlafen, wie man so schön sagt, wenn er nicht gleich zustimmen kann. Und das verstehe ich natürlich, dass man das vielleicht in einem laufenden Gespräch nicht macht. Aber dann ist es eben ganz gut, darüber noch einmal nachzudenken und sich vielleicht irgendwo auch rückzukoppeln und dann erst zu entscheiden. Er hat das beiseite geschoben und er hat das ganz offenkundig nicht gewollt. Ich bin trotz alledem Optimist. Selbstverständlich kann ich nicht hergehen und sagen, das Land braucht Optimismus und dann verfalle ich selber in einen Pessimismus. Da gibt es ja auch gar keinen Grund dazu. Nein, nein, ich bin Optimist und ich sage, unsere Hand bleibt ausgestreckt. So wie ich das vorher gesagt habe, unsere Hand bleibt ausgestreckt im Interesse einer guten Zukunft Österreichs. Auch einen Fahrplan für Sondierungsgespräche hatte die FPÖ vorbereitet. Dieser umfasst sechs Themenblöcke, von Wirtschaft über Asyl bis Gesundheit. Der Beginn war für den 22. Oktober geplant, das Ende für den 14. November.